Also wir als Orthopäden sind in der glücklichen und letztlich auch komfortablen Situation, dass wir relativ schnell die Früchte unserer Arbeit sehen und auch ernten können, also sehr schnell eine hohe Patientenzufriedenheit erfahren. Und das ist das, was uns eigentlich jeden Tag wieder motiviert, Kraft und Energie gibt und auch bereits im Vorfeld uns mit den Patienten die Operation so besprechen lässt, dass wir auch das Gefühl vermitteln können, dass der Patient auch sich die Angst und den Respekt vor seiner Operation ablegen kann und sich auf die Zeit danach freut, wo er praktisch relativ schnell beschwerdefrei wieder aktiver am Leben teilnehmen kann. Und das ist ein Vorteil der Orthopädie gegenüber mancher anderen medizinischen Fachrichtungen.